moin meine kampfkumpel zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von grounded ihr lieben jetzt geht es los jetzt gehen wir zum bienenstock lassen uns ordentlich den arsch versohlen mein essen wurde in der letzten folge irgendwie geklaut ich weiß nicht warum oder wer das gemacht hat ja kommen backen und wir werden endlich zu dem bienen hingehen können ich hoffe die sind freundlich gesinnt nein das wollte ich doch gar nicht einsammeln auf jeden fall da können wir jetzt nach oben dann gab es irgendwo noch einmal eine gute Idee Ach, Schräge. Ich wollte ganz entspannt einfach nur zu den Bienen. Mehr wollte ich nicht. Und was passiert? Rübergeschafft. Kallis Fachgebiet, ey. Die Folge wird sie sich nicht reinziehen. Da müssen wir hin. Wo waren das nochmal unter? Auf jeden Fall da hinten, wo die schwarzen Ameisen sind. Da müssen wir nochmal hin. Hängen geblieben, gekonnt sogar. Ja, ich gehe außen herum. Klingt das eigentlich was, wenn ich jetzt das Essen jage? Verschimmelt mir doch. Dann habe ich noch einen dicken, fetten Hintern. Ja. Ding. Oh ja. Die armen Ameisen-Bibys, ey. Ähm, speichern? Yep. Definitiv. Ja. Aber ich glaube, ich werde gleich wunderschön angegriffen. Kann ich eigentlich die Aufgaben oben mal... Äh... Gut, nee, das war's nicht. Option, Tutorials lassen wir mal an. Anzeigen. Ach, stell es drauf. Da ist Kaugummi dran. Die sind freundlich, ne? ólkwut. Kalih! Kalli! Oh Gott, ich bin tot, wenn ich hier unterfliege. Oh, die penne hier oben. Oh, weiter komme ich nicht. Ah, da geht es drüber. Es ist knuffig. Wo bist du? Dich packe ich mal nach oben. Seit wann bekommt man so viel? Mich auf die andere Seite der Macht. Ich verstehe, aber ich würde erstmal nicht vorne am Nest rumdackeln. Am Bienenstock. Weil ich nicht weiß, wie die drauf sind. Wenn ich mich dem Nest zu näher. Was macht ihr denn hier? Na du? Da guckst du wieder, ne? Einfach nur Beutelchen-like. So, ich glaube, ich komme hier rüber. Ich glaube, die sind nicht gewesen. Glaube ich. Oder auch nicht. Nein. Oh. Wechsel doch mal. Oh. Warum ist das Ding zickig geworden? Ist echt ne Kalli. Dann bin ich so langsam. Ah, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich wegen der Stachelspor- oder Sporen-Attacke. Wird das möglich sein. Klein-Arsch-Gagis werden doch zickig. Ähm. Wissen du? Da. Oh. Cool. Ich will nicht da vorne hin, ne? Ich bleib hinten. Haben sie ja schon cool gemacht. Ha. Oh, ne kleine Buch. Ah, seht ihr? Wir müssen ja noch ne Gasmaske machen. Wo bist denn du? Ich seh's schon wieder nicht. Komm ich mit? Bitte? Ähm. Ihr seht's irgendwie heute nicht, ne? Kann ich vielleicht einpflanzen? Oh. Komm mal hier. Was können wir denn erforschen? Analysieren. Science. Männchenfutter. Das ist toll. Die Hohenschmeiz. Ja, ist nicht so viel vorhanden. Rottet's. Wissen. Ich will in die Bulle schreien. Hallo. Ich hab das Gefühl, dass hier mir gleich irgendwas entgegenkommt. Auf Federn. Na komm, kann ich noch eins sammeln? Nimm doch mal die zwei, du. Da schläft, glaub ich, ne kleine Biene. Und ich höre was. Ich hab doch übergesprochen. Geh ich gleich hin. Ich glaub, da ist irgendetwas in der Kiste, sonst würd's nicht so verdammt nochmal schlummern und schnarchen. Habe ich ne Schaufel? Nein. Ich will Kinder kleben ihre Kaugummis dahin. Sions. Sions. Jawohl. Dann wollen wir nochmal gucken, was in der Kiste ist. Wird garantiert nicht so freundlich sein wie die ganzen anderen Teile, die wir haben. Scheiße. Da lang. und ja ich werde jetzt noch mal speichern ist wahrscheinlich eine biene was ein labyrinth schlüssel okay und wie komme ich an die kiste habe ich einen schlüssel super da steckt eine dicke fette turbine fest was will man im leben mehr ne schade ich rutsche runter entschlüssel warte mal padam habe ich einen schlüssel da drüben ist es bisschen na komm jetzt muss ich nach den schlüssel gucken das ist doch nicht wahr warum schon nee das geht nicht ich komme da gefühlt das war bombig und ich gehe jetzt mal außen rum gleich ist er ja irgendwo anders das könnte ja auch möglich sein wieder putzen sie sich euer fressen made in usa warum kann man den da drin bewegen nicole 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 Du stinkst. Alter. Ich treffe die nicht. Ich treffe die nicht. Nein, musst du nicht sehen. Pack das bitte wieder weg. Du sollst das wieder wegpacken. Das schmeckt wirklich gut. Du sagst es. Diese verdammte kleine Kackfliege. Kekse. Sandwich. Dampffalsche Richtung. Wie soll man da hin? Wieso, Mann? Nee, mach ich nicht. Können die vergessen. Ja, woher bekomme ich den Schlüssel? Das ist mir gerade ohnmächtig. Ne, mit auf dem Boot gelandet. Hilfe. Was soll mir Salzpfeile bringen? Die ist müde. Was haben wir eigentlich hier? Na, das nehme ich doch mit. so, da komme ich wieder hoch beim Kaugummi. Ist hier nichts interessantes? Nö, absolut gar nicht. Das Rätsel mit dem Labyrinth-Rätsel. Ach du meine Güte. Wahrscheinlich so einfach und easy. Oder da vorne, wo sie alle rumgeistern. Schade, dass ich den Kaugummi nicht machen kann. Hallo. Jungs, passt auf, hier geht's runter. Oh Gott. Ich habe vergessen zu springen. Läuft. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen verfolgt werde gerade. Es könnte sein, dass jetzt alle pennen die Bienen. Na ja, nicht alle. Speichern? Ja. Bitte einmal speichern. Ist das hier ein Drecksladen, ey. Boah. 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 Wie löse ich das Rätsel mit dem Dings? Muss ich die Statuen vielleicht zielen? Boah. 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 Und das mit den Tiefen, in den Teich, in der Tiefe des Teiches? Ich muss jetzt nicht gucken, wie viele Viecher hier sind, oder? Hört sich ja leicht uncool hier an. Na Gott. Was ist denn hier? Oh nein, bitte. Okay. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was vielleicht mit den Statuen zu tun hat. Vielleicht auch die Himmelsrichtung in die Dinger zeigen. Ich muss das Ding definitiv mehr auftunen. Das Ding ist geil. Ich konnte doch auf ein Buch. Warum konnte ich hier auf das Buch? Gut, wir haben jetzt einen Kompass hier. Und die Nagel zeigt nach Nordosten. Oder was ist denn jetzt die Na... Ich würde es jetzt Nordosten sagen. Ah, Nordwesten, sorry. Oh. Okay. Äh... Bringt mir das jetzt was? Nicht so, ne? Also in die Richtung ist Nord. Und die zeigen da... Zeigen woanders hin. Schade. Ah, dazu brauche ich ein Grabwerkzeug. Ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nordwesten. Die zeigt mir nach Westen. Nach Norden. Die zeigt... Südwest. Auch anders. Oder, ähm, kapiere ich die Himmelsrichtung nicht. Könnte ja auch möglich sein. Dass die Richtung... Süd... äh... Nordosten ist. Da haben wir eins. Zwo. Wieder hin zeigen. Zwo. Zwo. Zwo in die Richtung. Zwei. Keine Ahnung, ob das was bringt. Zwei. Es waren doch nur zwei. 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 Und... Jetzt zeigt mir zu sehr Richtung Dings. Zwei. Mal gucken. Einfach mal die zwei Rollern. Zwei. 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 Gut. Scheint nichts gebracht zu haben. Minotauros-Labyrinth-Schlüssel. Ich glaube, daran werde ich noch ein bisschen länger sitzen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen soll. Und die Teile sehen nicht aus wie Minotauros, oder? Sehen eher aus wie Insekten. Das werden wir garantiert irgendwo anders finden. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ach du heiliger, ich bin weg, die Ehe. Ich bin weg. Ich bin weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sollte das eine oder andere Teil nicht einfach so ohne Grund angreifen. Naja, okay, ich hatte ja einen Grund. Das hier aber auch alle pennen und das eine Vieh gerade da ist natürlich wach. Gut, ihr Lieben, aber ich lade jetzt mal eine Runde rein. Ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuse machen. Ich bedanke mich für das zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.